Herzlich willkommen zum neuen Video, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut ins Wochenende reingestisselt und so weiter. Heute gibt's ein interessantes Video. Der Enrico kommt gleich vorbei, kauft zwei Autos von mir. Und dann fahren wir zum Mehmet vorbei und gucken, wie meine Felgen aussehen auf CL und S-Class. Es wird spannend. Ich wünsche euch aber ganz viel Spaß. Lasst mir gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Let's go! Wir starten rein mit ein paar Worten vom Sponsor des heutigen Videos und dann geht's direkt los. Mein Emma Classic Boxspringbett hab ich euch vor einem halben Jahr schon mal gezeigt. Ich bin nach wie vor mehr als überzeugt vom Schlafkomfort. Wir haben hier die Hybrid 25 Matratze, also eine Mischung aus Federkern und Kaltschaummatratze. Den Flip-Topper hier in verschiedenen Härten. Und das Bettzeug ist auch von Emma. Macht ihr auf jeden Fall nichts mit falsch, dieses Kissen. Ihr seht das hier gleich im Video. Das ist halt nicht zu hart. Und es ist auch nicht so, dass der ganze Inhalt irgendwie auf eine Seite rüber rutscht. Dann irgendwann, ihr wisst, was ich meine. Kann ich auf jeden Fall vorbehaltlos empfehlen. Und jetzt haben mir die Jungs und Mädels auch noch dieses wunderschöne Schlafsofa hier hingestellt. Falls mal Besuch vorbeikommt, das ist hier mit so einer schönen grauen Samtoberfläche. Fühlt sich richtig, richtig gut an. Kann man einfach hier ausziehen, hochheben. Und zack hat man ein großes, geräumiges, gemütliches Gästebett. Bei Emma läuft aktuell ein Sale mit bis zu 40% Rabatt. Ich glaube auf das Schlafsofa und das Bett gibt es jeweils 20% bis zum 18.09. Und 5% zusätzlich könnt ihr sparen mit meinem Code Hagen. Also hier zum Beispiel auf dieser Artikel 25%. Funktionieren Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Ganze wird kostenlos zu euch nach Hause geliefert, kostenlos aufgebaut. Also kein Pakete schleppen und die ganzen Verpackungskram und so weiter. Alles, was da anfällt, nehmen die auch wieder mit und entsorgen die. 30 Nächte könnt ihr dann risikofrei Probe schlafen. Es gibt bei Emma 10 Jahre Garantie auf Matratzenkerne. Also da habt ihr wirklich gar keinen Stress. Einfach mal abchecken über den Link ganz oben in der Videobeschreibung. Gleich Fanmeeting hier in Hamburg. Ist das hier die Offroad-S-Klasse, die die hier in den Wäldern gebumst hast du frühesabends? Wie ist das die Kirstin? Hat die noch? Alles klar. Na, moin, ich bin der Rieger, wer bist du? Kein, voll. Das ist ja standesgemäße Abholung hier. Ja, wir müssen mal schauen. Hast du das Bier schon kaltgestellt? Der Kofferraum ist tatsächlich ein bisschen voll. Ich wusste nicht, dass ihr hier übernachten wolltet. Achso, wir wollten bei dir schlafen. Einmal Reeperbahn nehmt ihr mit, endlich, Enrico. Uh, irgendwann kriege ich dich dazu. Einmal Reeperbahn, Enrico. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Warte, ich helfe euch mal. Wollen wir euch kurz ein Foto machen? Ja, geht auch, super. Haben wir alle. Cool, cool. Perfekt, gerne. Ciao. Lademeister, Hakenhamster, hat es wieder gerichtet. Eigentlich muss die Kamera laufen lassen hier bei den ganzen Sprüchen, die Enrico schon wieder raus sollte. Junge, Junge, Junge. Kippo ist leise, ich schwöre. Gott, hab ich ihn selig. Die Leute haben sich in den letzten Videos schon wieder beschwert, dass zu viel Autocontent kommt bei mir auf dem Kanal. Warum? Finde ich aber auch, also muss ich den Leuten zustimmen, deswegen 24 Stunden. 24 Stunden in Hamburg mit Enrico. Aber alles, da kommt aber alles online, ne? Da verstecke ich nichts von den Leuten. Da gibt es nicht viel zu verstecken, da müssen wir so ein ganz kleines Pixel setzen am Ende. Haken, jetzt hältst du da gar nicht aus, du bist da gar nicht in Tränen. Ich halte das nicht aus. Drei Bier gesoffen, bisschen auf dem Roller rumgefahren, schon Immunsystem platt, herpest da. Junge, es ist schon Feierabend, bevor du überhaupt angefangen hast. Der hat letztens zu mir gesagt, er war angetrunken. Ich habe gesagt, Hakenhamster, angetrunken, schäm dich. Was ist denn angetrunken? Das gibt es gar nicht in meinem Wortgebrauch. Also entweder bist du voll oder du bist nüchtern. Weißt du, was der Unterschied zwischen uns ist, Enrico? Nee, was nicht? Ich fange wenigstens an. Ich fange wenigstens an. Der Unterschied zwischen mir und dir ist, du fängst an, stark an und lässt aber auch stark wieder nach. Das ist schwach. Also das habe ich noch. Keine, was auch du dazu sagen, mal ehrlich. Lüge. Das ist ein absoluter, also das ist wirklich das allerletzte. Das allerletzte ist das. Du warst doch noch nie dabei, du bist doch mal vorher schlafen gegangen, Junge. Alter, komm, hör mal auf, Kunde. Du laberst immer, als würdest du der übelste Saufboy sein, ins übelste Abkönnen und der übelste Chef im Saufring sein. Aber am Ende des Tages habe ich dich noch nie so richtig sauf gesehen. Weil du mal zu früh schlafen gehst. Ich muss dir zugeben, ich zehre auch noch von meinen besten Zeiten, von denen Keindl auch aus erster Hand berichten kann. Aber irgendwann redet man nur noch von alten Zeiten und es passiert halt nichts mehr. Das ist wie in den guten Zeiten vom Autohandel. Ich kenne die Zeit. So, die beiden Schätzchen hier hat er sicher gaunert, der Enrico. Nach stundenlanger Preisverhandlung hier wieder Preis drücken ohne Ende. Schmerz befreit. Da sind wir uns dann doch einig geworden. Jetzt kommen die Kennzeichen dran hier und dann geht das wieder heim nach Dresden. So, Freunde der Sonne, ihr seht's, der Hof leert sich langsam. C63 ist verkauft, C55 ist verkauft. Der Police Interceptor ist verkauft. Und jetzt muss eigentlich bis Ende des Monats nur noch ein Auto hier weg. Der Bentley Anage. Ich bin da noch am überlegen, ob ich in Enrico ein unschlagbares Angebot mache. Oder ob ich das Auto irgendwo bei uns in die Händlerauktion stelle. Das ist hier auch mehr oder weniger um die Ecke. Einen habe ich gerade noch, mit dem ich über Kleinanzeigen schreibe, über das Auto. Aber das gestaltet sich leider alles ein bisschen mühselig. Pia ist gerade dabei, den Räumungsverkauf hier zu verpacken. Pia, wie läuft's? Wunderbar. Genau, das sollte jetzt alles bis Ende der Woche durch sein. Eigentlich fast alles weggegangen, bis auf hier so ein paar orangene Crewnecks. Also wenn ihr im Shop noch vorbeischaut, dann guckt ganz nach unten. Die orangene Crewnecks gibt es jetzt hier noch mit 30% Räumungsverkauf. Zack. Und die Felgen, die nehmen wir auf jeden Fall mit in die neue Location. Jetzt fahren wir aber erstmal zum Mehmet vorbei, denn der hat sich zwei Sätze gesichert. Und wir sehen die Felgen heute das zweite Mal. Fertig montiert auf einem Auto. Ich bin gespannt, viel Spaß. Mehmet, was sehe ich da, mein Lieber? Was siehst du denn da? Grüß dich. Wie geht's dir? Alles gut, ne? Hi. Moin. So, Freunde, das ist jetzt eigentlich erst das zweite Mal, dass ich meine eigenen Felgen auf einer Karre sehe. Aber ohne Kappen, ne? Und dann auch noch auf so einem wunderschönen CL. Ist das ein echter 63er oder das sind nochmal die bestesten? Das ist 500er. Ja, 500er. Aber geil. Aber Hagen, wo sind die Kappen, Digga? Sollen wir erstmal die Kappen drauf machen und dann die Leute noch ein bisschen zappeln lassen hier? Ja, war ein schönes Auto schon mal. Wir machen die ja gleich, glaube ich, noch auf deinen drauf. Genau, die sind auch fertig. Hier hast du 20 Zoll, was ist das? Aktion? Die geilsten Felgen, Aktion. Ich mach zwei drin. Ne, ein. Oh, ah, du hast... Ja, ja. Hallo. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich würde sagen, wir klatschen die Maranda an den CL und dann gucken wir uns das Auto mal an. Aber komm, die Karten kommen gut rüber, Digga. Aber komm, CL ist schon ein tolles Auto, ne? Also zeitlos. Ja, ja. Also wirklich egal, wer jetzt sagt Assi, Prolig, Mrollig, es ist wirklich ein Kunstwerk. Ja, dadurch, dass ist sehr viel Material in der Mitte. Dadurch wirkt das natürlich massiver, wuchtiger Größe auch. Ja, ist schon laut, ne? Kann auch was, ne? Ja, aber 500er, ich finde wirklich, der 500er, du weißt, du bist auch lange eingefahren, den 7-Zylinder bist du gefahren, ne? Alles gut. Da kannst du doch nicht meckern, oder? Kannst du nicht meckern. Da kannst du wirklich nichts sagen. Hier, 12,1 Liter in 4.100 Kilometer. Ist doch okay, oder nicht? Sieht auch gut aus, aber wir haben vorne 2,75er jetzt, ne? Muss ich sagen, also ich fahre... Hinten, meinst du? Hinten. Ich finde die jetzt bei mir, eine 2,85er. Da wird sich das schon, glaube ich, das Bild auch wieder ein bisschen ändern. Man kann auf der Felge, glaube ich, 2,65 bis 2,95 fahren, je nach Auto und Querschnitt. Für den CLS habe ich jetzt 2,65er bestellt, gehabt, du hast gesehen, ne? Ja, habe ich da, ist auch raufgezogen bei meinem Kollegen, wir holen die Felge gleich mit. Perfekt. Also die ist auch schon raufgezogen mit einem schwarzen Ventil und dann, ja, 2,65, klar, du willst ja auch vorne fahren, ne? Ja, ja. Du willst ja auch vorne haben, ne? Genau. Ja, guck mal, der hat die hinten, die 2,75er. Sieht schon geil aus, Mehmet, seitlich. Komm, wirklich schön, wirklich schön, ne? Muss man jetzt sagen, Digga, ne? Also die Form, hier kommt gut rüber. Kollege von mir, Hagen. Hi, Hagen, grüß dich, Mann. Patrick, grüß dich. Der Patrick ist auch so ein Verrückter, der hat auch hier, keine Ahnung, hier, Turbo-Mobo-Einbau, 500 PS. Ich sehe schon ganz, ganz radikal. Ja, das Ding ist richtig. Ja, aber die kommen auf dem echt gut. Ja. Echt? Ein Stück schon tiefer noch. Hast ja, kannst du kollidieren mit Koppelstange oder was haben wir da. ABC, ABC kannst du mit Störrdiagnose machen, ja? Genau, wollte ich gerade sagen, also echt scheiße für mich. Ja, da geht ein bisschen lang, ne? Die sehen ein bisschen kleiner aus, ne? Ein bisschen, ne? Aber CLS hat ja auch kleinere Rad. Ja, wir schauen einfach mal. Wir schauen. Wir gucken mal. Was schön aus ist, ist der Tire-Stretch, definitiv. Ja. Der Tire-Stretch perfekt. Ja, wir haben einen 265er, der hat auch nicht so einen Flankenschutz hier. Nee, ist nicht schön erreichen. Das geht schon. Mal gucken, ob wir die vorne rein kriegen, Alter. Ja, bin ich aber mit keiner Ahnung. Da hinten sind deine noch hier, oder was? Ja. Ja. Aber geht, 285er, ist okay. Ich finde die flatschig. Ja, es schließt so ab, ich weiß, was ich meine. Aber irgendwie die 275er sehen krasser aus als die 265er sehen. Ja, aber ich stehe hinten auf das Voluminöse, weißt du, wenn du hinter dem Auto stehst, du merkst die 275er, du merkst das, wenn du hinter dem Auto stehst. Wir sehen, wir wollen ja gleich was sehen. Alles gut. Wenn du 275er, 285er sehen. Ich finde, wenn der Reifen ein bisschen weiter drin steht, also auf safe, dann finde ich das eigentlich auch fast so besser. Ich finde diesen Stretch eigentlich nur geil, wenn die Felge auch so richtig am Limit draußen sind, oder? Ja, ich freue mich wirklich, ne, auf die Felge. Ja. Ich freue mich. Dann lass doch mal sehen, wie die aussieht. Das Auto ist ja so ein herzliches Projekt von mir. Alle sagen, du Idiot, du butterst da rein. Wirklich, ich habe Autopakt, ich kenne das auch, ich butter wirklich viel rein. Aber du weißt, du machst und machst und machst und machst und dann sagst du, das reicht, aber dann geht wieder was kaputt, musst du wieder machen. Ist auch egal, aber man liebt dann was, oder? Ist auch okay. Ist so. Wenn man etwas liebt, dann liebt man das auch. Weg geht hier, hast du da hinten auch mit 30, oder? Ja. Umherum, E430. Das geht, ne? Ich sage dir, Mehmet, weil deine Karre ja auch überall schwarze Akzente hat, ne? Also du hast einen schwarzen Grill, du hast die ganzen Zierleisten in schwarz. Würde passen auch, wenn du die so nimmst. Würde gehen, bei mir. Aber lass mal, will ich nicht. Ich wollte das auch nur von der Dimension, wollte ich auch mal gucken, ob vielleicht, egal, weil das ist ja auch eine Zehneinhalb, weißt du? Ja, das ist eine Zehneinhalb, vorne. Ja, lass mal eine Schraube rein und dann, oder zwei und dann gucken, ob die mit runter geht. Hau mal eine Schraube rein, Pati, mal gucken, ob mir eine Zehneinhalb vorne fahren kann. Schick doch. Ist das jetzt auch Zehneinhalb, ne? Ist auch Zehneinhalb. Zehneinhalb vorne, auf dem W221, vorne wird's auch hier. Wollah. Schmeckt, ne? Das wäre genau mein Style. Ja. Ich finde das auch geil, wenn rundherum... Passt doch gerade über die Bremse alles. Ja. Ist das freigängig? Ja, ja. Na, hier hinten. Ja gut, Finger geht durch. Fünf Millimeter gehen, ja. Fünf Millimeter sind's, 15 steht drauf. Wie sieht das vorne links aus? Äh, nicht, ne, sieht tüffig aus. Sieht tüffig aus? Ja, wie gefällt's? Komm mal ein bisschen da, der jetzt kommt. Nicht, dass er sich seinen Kotflügel da gleich wegreißt. Ja. Jetzt schreibt's mal in die Kommentare, Leute. Da muss doch ein Chromgrill dran jetzt, oder nicht? Geht auch gar nicht mit dem schwarzen Placken da vorne. Die Seite ist jetzt komplett original, so wie es geliefert wird, vorne 9x20 ET30 ohne Spurplatte, hinten 10,5. Ohne Spurplatte. Und auf der Seite ist jetzt mit 10er, was ist das für eine Spurplatte? 12, hab ich grad ausgemessen. Ja, das ist schon, äh, das ist aber wirklich, da brauchst du aber einen Tüffer, der hier, sag ich mal, zwei Augen zudrückt, ne? Der sieht ohne Platz schöner aus, weil du vorhin gleich, sag ich jetzt mal, stehst. Aber auf der Seite, weil du vorne die breitere Felge hast, sieht's geiler aus. Der Seite ist jetzt hier vorne links auch eine 10,5 drauf, halt in einer anderen Farbe, deswegen sieht's natürlich insgesamt beschissen aus. Aber wenn du nur diesen Bereich hier anguckst, er ist jetzt auf der Kamera auch scheiß, weil es gegen das Licht ist, aber 10,5 vorne, ganz mies. Das kommt komplett mies, oder? Ich find's klar, das sieht echt schick aus. Aber die Farbe natürlich passt nicht so, oder? Die wirkt sehr klein jetzt vorne, guck dir das mal an, das sieht man jetzt. Guck mal, die hintere Felge wirkt um zwei Zoll größer als die vordere. Ja, das stimmt. Ich mein, der Konstrukteur hat sich natürlich auch was dabei gedacht, ne? Ist ja klar. Nicht nur, dass es komplett legal ist, sondern es sieht auch wirklich schick aus. Und das in der Kombi auf 2,21er, 2,16er, wie ihr drüben seht, 2,30er, 2,19er, alles. Das hier, was wir hier gemacht haben, ist Bastelei. Nach aktueller Verordnung muss doch das gesamte Rad, also auch die Felgenkante, oder nicht? Oder nur die Lauffläche? Also Radmitte, 15 cm, und dann hier die komplette Achse sozusagen, muss dann abgedeckt sein. Dann hast du noch einen Gradwinkel, 15 nach hier, 25 nach da, bla bla. Das geht doch hier, die Geile. Aber das meine ich, die Felge muss theoretisch, ne? Ja, also die Felge, es gibt ja auch Felgen, die sind nach außen mit dem Stern gebaut, die sind auch zulässig, weil der Reifen halt abgedeckt ist. Wir haben ja auch ein deutsches und ein europäisches Gesetz, da muss man halt aufpassen. Aber er wird auch... Ich glaube, europäisches Gesetz sagt, wenn ich mich nicht täusche, dass du gar nichts rüberstehen haben darfst. Und das deutsche Gesetz sagt die Lauffläche, da muss abgedeckt sein. Aber er wird auch... Ich bin neu verliebt, Digga. Ich bin ja komplett neu in C2-16 auch verliebt, wo ich die gesehen habe. Da kommen die gut rüber, Digga. Jetzt nochmal testen hier, 10,5, Fahr 20, ET30 ohne Spurplatte vorne auf dem CLS C2-19. Freigängigkeit ist gegeben. Allerdings sind, ich glaube, keine 5 mm hinten zu dem Teil hier. Aber wir gucken jetzt einfach mal, wie der im Radkasten steht. Kommt da das Brutsel dran? Nein. Nee, ist gut. Freilock, ist klar. Das ist komplett, ja. Ey, kommt ultra brutal. Also ich sagte auch schon ehrlich. Ja, das kriegst du eingetragen. Das kriegst du eingetragen, ja. Aber ich guck nicht drauf. Guck mal, das sieht so geil aus, Bruder. Das Tiefbett für vorne, vorne. Ohne Scheiß, da muss ich komplett los. Das kommt gerade auf Kamera auch. Komplett geil mit der Bremse vom CLS-55. Digga, das ist komplett... Ich hätte nicht geglaubt, dass sie da passen. Du hättest nicht geglaubt, ne? Nee, niemals. Das ist ein großes Radkästen, da hat er aber... Eigentlich habe ich über dich gelacht, als du den vorletzter Woche kamst und die 10er vorne macht. Nee, 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 nein, nein, nein. Ich bin aber mal gespannt mit 5er Platz, wie weit er hier rausgucken kann. Es steht einfach perfekt. So steht das nämlich perfekt. Aber hier war er hier noch perfekter mit der Firma. Das war doch mal ein schönes Update zum Thema Felgenprojekt, Freunde. Mir gefällt es wirklich richtig gut, gerade speziell auf dem C2-16. Schwarzes Auto, Silberfelge. Einfach eine klassische, traumhafte Kombination. Ich hoffe, euch gefallen sie auch wie mir. Ich weiß, Eigenlob stinkt. Aber ich bin auch, ganz ehrlich gesagt, einfach ein bisschen stolz darauf, dass die Felgen von meiner Idee im Kopf jetzt auf der Straße auf Autos rumfahren mit TÜV. Und das ist einfach toll. Wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt, einfach eine Mail schreiben. Hagen-at-value-clothing.de. Dann kümmern wir uns drum. Vielen Dank euch erstmal fürs Anschauen des Videos. Euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.